Österreich ist unser Nachbarland im Süden. Was kommt dir in den Sinn, wenn du an Österreich denkst? Was ist typisch für Österreich? Was ist besonders an Österreich? Vielleicht sind es die Alpen. Man nennt Österreich auch die Alpenrepublik. Fast zwei Drittel des Landes liegen nämlich in den Alpen. Nur im Nordosten und Osten ist Österreich flach. Viele Deutsche fahren gerne nach Österreich in den Urlaub. Im Winter fahren sie dort Ski, im Sommer gehen sie wandern. Hohe Gipfel, malerische Gebirgseen und grüne Täler bilden dafür den idyllischen Hintergrund. Und natürlich fahren auch viele nach Wien, um einmal den Prater und Schloss Schönbrunn zu sehen oder ein Stück Sachertorte zu essen. Und was ist nun typisch für Österreich? Vielleicht ist es die Kaffeehauskultur. Die Österreicher lieben Kaffee. Es gibt in den unzähligen Varianten, vom Alm-Kaffee bis zum Zarenkaffee. Der kleine und der große braune oder schwarze sind neben der Melange, dem Kapuziner und dem Einspänner die bekanntesten Spezialitäten. Gerne trinkt man seinen Kaffee in einem der berühmten Wiener Kaffeehäuser. Vielleicht sind aber auch Dirndl und Lederhose typisch in Österreich? Die trägt man zwar auch in Bayern gerne, aber eben genauso in Österreich. Im Alltag heute weniger, aber zu Festen holt man die traditionelle Kleidung gerne einmal wieder heraus. Es gibt übrigens auch typisch österreichische Tiere und Pflanzen. Obwohl das Land nicht sehr groß ist, gibt es hier Tiere und Pflanzen, die nur hier vorkommen, die also endemisch sind. Insgesamt sollen es mehr als 700 endemische Arten in Österreich sein. Dazu gehören die Kärntner Gebirgsschrecke und die bayerische Kurzohrmaus, die trotz ihres Namens nur in Österreich vorkommt. Zu den endemischen Pflanzen gehören zum Beispiel die Vulfenie und die österreichische Wolfsmilch. Typisch österreichisches Essen gibt es natürlich auch. Wiener Schnitzel, Sachertorte oder das Backhändel gehören auf jeden Fall dazu. Sachertorte ist eine Schokoladentorte mit Aprikosenmarmelade und dicker Schokoglasur. Gerne isst man auch süße Nachspeisen, auch mal als Hauptspeise, zum Beispiel Germknödel, Kaiserschmarrn oder Palatschinken. Letzterer ist übrigens kein Schinken, sondern ein Pfannkuchen. Ach, überhaupt die Sprache! Das österreichische Deutsch unterscheidet sich denn doch ein wenig von dem bundesdeutschen Deutsch. So manche Wörter kennen wir bei uns nicht. Leihwand etwa, das bedeutet großartig. Kartoffeln sind hier Erdäpfel und zu Tomaten sagt man Paradeiser. Brötchen nennt man hier Semmerlen und ein Kasten ist ein Schrank. Die Jause wäre auch noch etwas Typisches aus Österreich. Das ist ein kleiner Imbiss. Und was ist ein Schnackerl? Ein Schluck auf! Und Geld abheben, das macht man hier nicht am Geldautomaten, sondern am Bankomat. Also ich würde jetzt sagen, das geht sich aus. Servus und grüß Gott! Untertitelung des ZDF in der pasaulierung von Kolart Bei E세요 Enter von Kolart Untertitelung des ZDF für funk, 2017